Das ist Shani und ein Volkswagen T1 und ja, sieht ziemlich alt aus. Es könnte sogar die allererste Generation sein, was es ist. Er hat ganz viele Fenster mit drin, ob er original ist, das werden wir gleich mal erfahren, denn wir sind am Stand von Camper Tools und die beiden Jungs waren sich gar nicht sicher, ob sie das Auto überhaupt mitnehmen sollten. Am letzten Tag habt ihr das entschieden, oder? Ja, kurz vor der Messe haben wir uns dann doch noch dazu entschieden, dieses schöne Fahrzeug dann hier auf den Stand zu stellen. Und war auch eine gute Entscheidung, auf jeden Fall. Es funktioniert, die Leute sehen den Bus, die finden den Bus geil, dann sehen die unsere Produkte und sind einfach überzeugt. Also das Fahrzeug steht ab jetzt jedes Jahr bei uns. Ja, sehr schön. Wenn ihr euch mal kurz vorstellst, du bist ja? Ich bin Robert, gelernter Feinwerkmechaniker und bei Camper Tools tätig. Ich bin Marco, Produktdesigner, auch bei Camper Tools tätig. Ja, ganz, ganz wichtig, großer Markt. Ihr habt Produkte, die in viele Fahrzeuge passen. Nicht nur im VW T1, den wir uns gleich mal anschauen, sondern das ist ein Beispiel von einem Produkt? Das ist ein Beispiel von einem Produkt, das ist die Sidekit. Allgemein sind wir Experten für modulare Schlaf- und Küchensysteme. Wir sind nicht spezialisiert auf Vollausbauten, sondern unser Ziel ist es, einfach jeden Van, ob es ein T1, ein T6, ein T5, ein Foto Neo Custom ist, umzubauen und am Wochenende damit in den Urlaub fahren zu können. Ja, das ist ganz modular, das heißt, das kann ich auch rausschrauben, könnte ich theoretisch auch zu Hause verwenden, oder? Richtig, genau. Also wir haben tatsächlich einen Kunden, der hat das auf dem Balkon stehen, wenn er gerade nicht im Urlaub ist, weil er dann draußen kocht. Wir zeigen das mal ganz kurz, da ist eine Pumpe mit drin, Strom ist nicht mit drin, oder? Doch. Ja, sicher. Ja, sicher. Wir haben hier den Anschluss, 12 Volt im Fahrzeug, haben darüber noch eine USB-Dose verbaut, um das Handy laden zu können, oder alternativ eine Lampe auf das Kochfeld zu richten, wenn man nachts kocht. So, das passt auf den Millimeter. Das passt auf den Millimeter, genau. So, ihr gebt natürlich auch eine Zubehörliste mit, was man da am besten kaufen soll, damit es auch passt. Genau, also wir haben unser eigenes Geschirr in Emalie entwickelt, wir haben Kocher, Schnellkochtöpfe dabei, eigenes Besteck und sind alles Kleinigkeiten, aber wir haben einfach Lust auf schöne Produkte, deswegen haben wir es selber gemacht. Ja, das Ganze passt auf den Millimeter, wie schneidet ihr das zu? Mit einer Spezialmaschine, oder was habt ihr da? Das sind alles CNC-gefertigte Teile. Okay, das heißt, die habt ihr ja im Rechner, die könnt ihr produzieren auf Knopfdruck. Wir zeichnen in CAD, sowohl Robert als auch ich, wir denken uns das aus, skizzieren, zeichnen, konstruieren und dann fertigen wir das auf CNC-Maschinen. Ja, die Frage der Fragen, was lernt man denn, wenn man sowas macht? Ja, was bist du vom Beruf? Also, ich bin Schreiner, Meister und Produktdesigner und Herr Gut hat gerade schon gesagt, was er ist. Ich bin auch Feinwerkmechaniker, also ich komme aus dem Metallbereich. Okay, das heißt, du kannst feilen, oder was? Ich kann CNC-fräsen, schweißen, also alles, was Stahl- und Blechbearbeitung angeht, ist so meine Aufgabe, bauen zu. Man, ihr habt aber noch keinen Schweißroboter, oder, in der Firma? Nein, das haben wir noch nicht. Okay, das heißt, das ist die Kombination an Mitarbeitern, das sieht man einfach in unseren Produkten. Stahlbau. Holz verbunden mit Feinster Metallarbeit. So, das habt ihr hier natürlich in einer anderen Farbe gemacht. Jenny, du hast direkt hier vorne hingeschaut, hast gesagt, das ist mein neues Auto, dann brauchst du nur mal kurz mal 49.000 Euro, denn der steht wirklich zum Verkauf, oder? Der steht wirklich zum Verkauf, das war auch gerade eine spontane Idee, weil die Leute den Bulli so schön finden und wir haben in der Firma noch einen zweiten davon stehen. Deswegen haben wir einfach gedacht, wir machen nochmal einen Preisschild dran. Zustand vom Bulli? 1-. 1-. So, das bedeutet, etwas schlechter wie ab Werk, oder wie? Genau, so sieht es aus. Okay, klasse. Ja, was ist das im Baujahr? 72. Das ist ein Brasilianer. Brasilianer. Sonst wird da noch eine 1 mehr davor stehen. Ist so, wer sich auskennt, da gibt es einiges zu tun bei so einem Auto. Ihr habt den selbst restauriert, oder? Ja, machen lassen. Machen lassen. Ist schon ein Aufwand, oder? So etwas zu machen. Das ist ein Aufwand. Also ich habe meinen T3 auch komplett selbst restauriert, das ist eine Arbeit, die nicht zu unterschätzen ist. Ich habe auch noch einen T3 zu Hause, kann ich dir geben. Fängt an, wenn nur der Lüfter kaputt ist, das weißt du ja, was da zu tun ist. Amaturenbrett raus. Amaturenbrett raus, ja. Richtig. Wunderbare Arbeit, jemand der Mutter und Vater. Am besten sollte man ihn alle drei Monate mal anmachen. Richtig, besser ist es. So, das ist ein Camtools, hier sieht man es. Wie ist das jetzt festgemacht, weil da sind ja doch einige Kräfte auf dem Teil, oder? Also das ist jetzt hier einfach über zwei Stehbolzen am Fahrzeugboden verankert, die mit Knaufschrauben gelöst werden können. Also sprich, es müssen nur zwei Schraubpunkte gelöst werden, um dann die ganze Küche wieder aus dem Fahrzeug zu bauen. Okay, was habt ihr reingemacht, den Boden, damit es hält? Da sind jetzt M8-Stehbolzen durch den Fahrzeugboden gesetzt. Okay, das muss man natürlich machen lassen, wenn der keine Ahnung hat, am besten eine Werkstatt machen lassen. Das ist aber jetzt ein T1 und das ist auch ein bisschen untypisch. Der hat keine Befestigungsschienen wie der Vito zum Beispiel oder auch der T6, den wir da hinten sehen. Die haben alle Schienen im Boden, da haben wir unterschiedlichste Befestigungsmaterialien. Steckt man zum Beispiel am T6 einfach die Schraube rein, dreht hier um 90 Grad und die Küche ist fest. Also es ist untypisch, dass man das Fahrzeug in der Karosserie verändern muss. Aber wir wollen auch im Fall jetzt... Ja, bitte. Okay, klasse. Wo ist denn jetzt das Wasser hier? Also das Frischwasser, das ist jetzt hier. Ach, das ist auch mit drin. Das ist ein 12-Liter-Tank. Stark. Und das Abwasser wird auf der Rückseite... Warte, ich zeige es mal gerade. Das ist auch mit drin. Genau, hier ziehen wir jetzt einen Schieber aus der Küche heraus. Das hier ist der Abwasserschlauch. Und da hängen wir dann einfach einen Abwasserkanister dran, heben den Deckel runter und stecken dann den Schlauch einfach in den Kanister. Und lasst ab. Und fertig. Das muss man natürlich nicht immer machen. Nochmal hier zum Mitschreiben. Das ist ein Standardkanister, den kann man kaufen? Genau, das ist ein Standardkanister. Das muss man aber auch woanders kaufen. Also wir haben jetzt unser Ausschusssystem genau an den Kanister angepasst. Haben die natürlich auch auf Lager, die Kanister. Sollte der aber verloren gehen, kann man auch alternativ einen anderen Kanister da dranhängen. Es ist manchmal so simpel, oder? Man muss sich nur Gedanken machen. Es ist manchmal so simpel. Es sieht jetzt simpel aus, es hat aber lange gedauert, bis wir da waren. Kann man nicht unterschätzen. Das ist auch nicht nur eine Brause fürs Waschbecken, sondern auch ein 2-Meter-Duschlauch. Für Leute, die ihren Hund vom Strand vom Salzwasser befreien wollen oder für Mountainbiker oder für auch Leute, die einfach mal duschen wollen. Ja. Genau. So, das ist alles mit drin. Ihr habt ein Gaskauffeld mit drin. Gaskauffeld mit drin, selbst entwickelt, zwei Flammen. Das war uns einfach auch wichtig. Ist das schwer, dafür eine Prüfung zu kriegen für sowas? Haben wir nicht prüfen lassen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht prüfen lassen, nein. Ja, ich habe ja keine Ahnung. Ich frage mal, wenn Gas dann immer Gasprüfung oder so. Nee, ist ja gut, deswegen sagst du ja. Ja, okay, alles klar. Dann werden nur so kleine Gaskartuschen verwendet und diese kleinen Schraubkartuschen, die sind befreitend. Die halten nämlich ewig, oder? Wenn man im Gasbereich mit den Kartuschen arbeitet, muss man es nicht prüfen lassen. Das war nur so eine kleine Fahrt. Wenn man eine festverbaute Küchenteile hat und ein voll ausgebautes Fahrzeug, dann muss man eine Gaskiste bauen. Dann muss man eine Gasprüfung machen, alle zwei Jahre. Ist bei uns nicht der Fall. Sehr schön. Ja, tolles Fahrzeug, Brasilianer 49. Ist denn da hier das drin? Die Küche gibt es mit. Die gibt es ja mit? Ja, sicher. Und die Mehrwertsteuer ist auch ausweisbar? Nein. Privat? Okay, für Leute, die Fragen. Ja, hier haben wir noch ein bisschen mehr. Camtools, das ist ja nicht eure Kühlbox, oder habt ihr die selber gebaut? Doch, das ist unsere Kühlbox. Ihr habt eine eigene Kühlbox entwickelt? Nein, haben wir nicht selber entwickelt. Wir haben die selber gelabelt, sagen wir mal so. Okay, das heißt, ihr habt die... Es gibt in der Welt drei, vier, die alle Kühlboxen herstellen. Da haben wir natürlich darauf zurückgegriffen. Wir haben uns die vom Format so machen lassen, wie die uns so richtig war. Wir haben eine 15 Liter Kühlbox, eine 35 und eine 45 Liter Kühlbox. Das heißt aber hier, im Grunde genommen wollt ihr ja zeigen, da ist jetzt alles drin, was im Reisemobil drin ist. Da ist ein Kühlschrank mit drin, da ist jetzt Frühschwassern mit drin, da ist jetzt ein Kochfeld mit drin, die Außendusche, was wir eben gesehen haben. Und da geht einiges rein, ja. Der kühlt richtig? Der kühlt, minus 20 Grad. Okay, das heißt, das Bier platzt. Kann man platzen lassen. Also, das ist per App steuerbar. Echt? Du kannst vorne im Auto sitzen und hinten, und dann bestimmen, wie kalt das Bier wird. Warte, ich zeig's mal. Das ist Bier. Ja, wenn ich das jetzt habe, das passt wahrscheinlich in viele Fahrzeuge rein, auch in kleinere, oder? Das passt auch in kleine Fahrzeuge rein, ja. Das ist jetzt gedacht zur Seitenmontage, oder? Das ist zur Seitenmontage gedacht. Hier ist die Seite im Fahrzeug, und die Seite hier ist für, das ist so, das ist gedacht für Fahrzeuge, die eine zweite Schiebetür haben. Man macht die Schiebetür auf. Okay. Geht den Tisch an, nimmt das Kochfeld, was eigentlich hier verbaut ist, kann man das Kochfeld rausnehmen und draußen kochen, um einfach das Interieur des Fahrzeugs zu schonen. Stark. Das heißt, man kann es modular einfach verändern, wenn es mal regnet, kann man es drinnen benutzen. Genau. Oder wenn man mal irgendwo ganz anders kochen will, kann man auch den Kocher einfach rausnehmen und überall mit hinnehmen. Das heißt, man ist da auch gar nicht ortsgebunden, wo man jetzt gerade irgendwie sich das... Da war ich jetzt auf einer Wiese, wenn man jetzt irgendwie grillen möchte oder so irgendwas, Pfanne mit dabei, fertig. Genau. Gut, geht. Preis hier von 1949, das ist der UVP quasi, wie ihr das abgebt. Ist da die Box mit drin, die Kompressorbox? Nein, das ist jetzt nur dieses einzelne Modul, weil wir ja wie gesagt modulare Bauweise hier betreiben. Das hier wäre das nächste Modul und die Kühlbox kommt dann natürlich auch nochmal. Aber Kochmodul, also heißt, zwei flammiger Gasherd ist inhalten, das Duschmodul ist inhalten, wir haben zwei 15 Liter Wassertanks, Frischwasser und Abwasser, die man schnell raus... Nochmal, nochmal bitte, langsam. Wir haben zwei... Bitte mal hochziehen, weil das ist so herrlich gemacht, ja, die Sicherung. Die Sicherung. Die zieht sich quasi selber zu, oder? Richtig, sie zieht sich selber zu und insgesamt sind es ja 30 Kilo, weil es 30 Liter Wasser sind und es muss einfach stabil im Auto gesichert sein. Oh nee, ich habe das so süß rausgefräst, da oben. Ich habe das so süß rausgefräst, extra für die Messe. Extra für die Messe. Wird aber nachher auch immer so sein. Wird nachher immer so sein, ja. Da wir hier der Verschluss über Magneten formiert, müssten wir es einfach nochmal sichern. Boah, ihr habt euch echt viele Gedanken gemacht, muss man sagen, oder? Sehr viele. Das ist so. Wir haben hier zwei Schubladen, die man ebenfalls nochmal komplett rausnehmen kann. Unser eigener Kochtopf. Sicherung während der Fahrt, wie geht das? Oder die gibt es? Ein Schnapper. Ein Schnapper. Genau. Also der Beschlag an sich hat hinten einen Endanschlag, der rastet ein. Zusätzlich haben wir uns aber noch eine zweite Sicherung angebracht, weil wir dachten, wenn jetzt jemand... Das ganz schwer belädt. ...kilo Reis reinpackt und man fährt eine Schnellkurve. Muss es einfach so haben. So, und das Modul unten, was hat das für eine Funktion unter der Box? Das ist jetzt einfach nochmal, um die Box anzuheben, damit man sich nicht immer bücken muss. Nö. Wir haben natürlich auch nochmal zusätzlich einen Stauraum, den man sonst eigentlich eher weniger nutzen kann in der Position, denn hier sitzt schon der Radkasten. Okay, das ist auch ausgeschnitten entsprechend. Genau, das ist jetzt an die Kontur, das ist jetzt Beispiel T6 Multivan, das ist an die Kontur angepasst und so würde das dann, wie gesagt, für einen T6 aussehen. Schön, und die Box kann man natürlich auch im Alltag verwenden, wenn man, ich sag mal, die jetzt einfach nur am Balkon stehen haben möchte für ein kühles Bier oder so. Das geht auch. Ja, gar kein Problem. Also wir haben hier ein Netzteil mit dabei, das ist einmal für 220 Volt und für 12 Volt für unterwegs zum Betreiben. Ja, was ziemlich scharf ist, was ich gesehen habe, da bitte mal kurz erklären, was das da ist, das habe ich noch nie gesehen. Ja, das gibt es auch nicht, das gibt es auch nur bei uns. Also das ist unsere Flipkitsch, das ist eine ganz andere Technik an Küche. Wir haben keine Schublade im Fahrzeug, weil wir einfach wollten, dass der ganze Laderaum, kannst du da mal unten reinfüllen, frei bleibt. Hier ist zu sehen, das ist jetzt das Ladevolumen, was wir im Fahrzeug haben und das ist die Küche. Und wenn wir die runterklappen. Nein, das geht. Genau, jetzt macht man hier die Heckklappe davor und man hat das Radevolumen eigentlich weitestgehend erhalten, bis auf diesen Bereich. So, ich habe eine Riesenbitte, du musst das bitte nochmal machen, weil ich habe jetzt ungefähr verstanden, was es ist. Das ist das Heck, da ist die Heckklappe. Und das ist die Front des Fahrzeugs. Man sitzt in Fahrtrichtung. Man sitzt in Fahrtrichtung. Was ist das für ein Material eigentlich? Das ist alles Birke, Multiplex, HPL beschichtet, also in Arbeitsplattenqualität. Ist das noch bezahlbar heutzutage? Das ist bezahlbar, ja sicher. Ich frage noch, weil ich war... Es ist tatsächlich teurer geworden, auch bei uns, auch wir sind davon betroffen. Aber ich war nämlich das letzte Mal am Baumarkt, da hat der Quadratmeter 50 Euro gekostet. Ja, da war ich schon ziemlich erstaunt, aber ich war schon lange nicht mehr da. Es ist Wahnsinn, ja. So, man macht die Kofferraumklappe auf, bringt die Küche in die Kochposition, hat auch wie hier wieder das Wassermodul mit Waschbecken und hier das Doppelkochfeld. So, ihr habt Gasdruckdämpfer eingebaut, damit der ja nicht zuknallt, ja? Und offen bleibt, ja? Richtig. Ja, das ist ein Deckel, der ist einerseits, kann man den als Ablage, wenn man im Bett liegt, benutzen, Glas Wein draufstellen. Fungiert aber auch als Spritzschutz, wenn man hier ordentlich kocht und auch mal ein bisschen aufwendiger kocht, damit das Bett halt geschützt ist und die Bettwäsche. So, für alle Männer, die sich morgens rasieren wollen, habt ihr einen Spiegel eingebaut. Genau, so sieht das aus. Der ist auch ein Stück weit unser Badezimmer. Wir haben hier ein Profil eingebaut, wo man nachher Becher einhängen kann. Also, es muss einfach sein wie zu Hause. So, das Ganze ist aber ein komplettes Möbel, was du reinschieben kannst. Ihr habt es jetzt festgemacht auf Airline-Schienen, das sind diese Adapter, oder? Das Podest hier soll dem Mercedes Vito nachempfinden, deswegen haben wir Airline-Schienen eingebaut. Das ist jetzt ein Schlafsystem, zwei Meter Länge und vorne haben wir noch eine Sitzbank dran. So, da darf man auch sitzen, ganz offiziell, auf der Bank. Ja, sicher. Also, während der Fahrt nicht, nein? Ja, während der Fahrt nicht. Also, das ist eine reine Campingbank. Nein, das ist in Deutschland einfach nicht mehr zulässig. Die Zweipunktgurtlösung, wie beim T3, den du und ich fahren, die ist einfach nicht mehr zulässig. Das kriegt man in Deutschland nicht mehr hin. Und möchte man für so ein Produkt eine Zulassung haben, dann wird es wahnsinnig schwer. Und das macht keinen Sinn, das selber zu entwickeln. Deswegen verbleiben wir da bei VW und wenn das gewünscht ist, dass man das möchte, dann muss man einfach diese Variante hochnehmen und in Kombination mit den originalen Fahrzeugen sitzen. Ja, super schön. Um die Sicherheit einfach zu gewährleisten. So, jetzt bitte einmal zum Verständnis, das ist ja eine Schlaf-Couchbank, richtig? Ja. Genau, wenn du mir das einmal kurz zeigst, das heißt, man senkt das ab. Ah, jetzt weiß ich, wozu du da bist. Wahrscheinlich auch da, da macht man sich viele Gedanken. Das sind ja viele Winkel, man muss auch ein bisschen Mathematik können, oder? Ja, tatsächlich. Haben wir auch alles, also die ganze Kinematik haben wir auch komplett selber entwickelt. Die Beschlagteile fertigen wir auch alle komplett selber. Selber heißt, ihr lasert die aus, oder was macht ihr? Also wir schneiden die auf einem Wasserstrahler und dann wird das Ganze bei uns auf einer CNC-Abkantpresse abgewinkelt. Und auch hier zum Beispiel mit so einer Stufenkantung. Und diese Nieten hier, das sind 8mm Vollnieten, die im sogenannten Taumelnietverfahren von der Rückseite dann einen zweiten Kopf erhalten. Die werden aber nicht heiß da reingedrückt? Nein, nein, die werden nicht heiß reingedrückt, sondern kalt verformt. Okay, verstehe. Wir bauen nicht den Eiffelturm. So, ihr kennt euch gut aus, das ist herrlich. Ja, natürlich, die Auflagen sind dabei, oder? Die Matratzen kann man auch dazu, natürlich bei uns dazu mit ordern. Achso, man kann auch seine eigene nehmen, oder? Man kann auch seine eigene nehmen, aber es empfiehlt sich auf jeden Fall eine sektionierte Liegefläche zu nehmen, da wir hier noch mehrere Klappmöglichkeiten an dem Motto haben. Achso, die sind einzeln dann, und da kannst du einzeln hochklappen, ja. Genau, damit ich dann auch noch diese ganzen Klappfunktionen überhaupt nutzen kann, muss ich natürlich auch einzelne Matratzen haben. So, ihr habt einiges eingebaut, da ist das Wasser drunter und auch die Anschlüsse dafür. Auch da muss man ein bisschen, die kenne ich noch aus dem Funkbereich, die kleinen Steckerchen, die vierpoligen Schraubanschlüsse, aber die funktionieren, oder? Die funktionieren super. Wir haben uns dafür entschieden, weil die einfach die Schraubsicherung haben, und wenn man jetzt mal über eine ruckelige Piste fährt, oder sowas, ist es einfach Bewegung im Fahrzeug. Da geht nichts los. Und wir wollen einfach gewährleisten, dass man nicht andauernd wieder den Stecker da neu anstecken muss. Also mit einer einfachen Stecksicherung, 12-Volt-Stecker, kann man machen, sieht nicht so schön aus und ist einfach nicht so haltbar. Macht das wie lange schon jetzt? Also wir sind dieses Jahr im Februar auf den Markt gegangen, wir haben aber auch schon zwei Jahre lang entwickelt. So, jetzt mal eine Frage, wie habt ihr beide euch kennengelernt? Ja, durch die Arbeit. Durch unseren Chef haben wir uns kennengelernt. Okay, das heißt, ihr seid nicht die Chefs, oder? Ne, wir sind Angestellte. Ihr verkauft das aber so, als wäre das euer Laden, oder? Ja, wir sind ja auch seit Tag 0 mit dabei, also wir haben den ganzen Betrieb ja mit hochgezogen irgendwie. Das sind ziemlich coole Jungs, oder? Total, richtig kann man auch. Da vorne Chemtools, das heißt, ihr habt auch die Marke entwickelt und alles. Das ist Herr Peter Ronge, der da steht, übrigens jetzt gerade hier ins Bild reinkommt. Das ist so der ganz große Kopf, oder wie? Ja, das ist der ganz große Kopf, genau, richtig. Das ist cool. Ja, ihr habt ja mal eins eingebaut, da wird es ein bisschen klarer, da ist das Ganze mal so zum Anfassen. Genau, hier jetzt mal in Grau und das Schlafsystem auch in Blau. Das heißt, es ist komplett individualisierbar, Farbe, egal. Genau, also wir haben mehrere Farben, die wir fertigen können. Man kann natürlich auch schon sehr spezielle Farben anbieten, das ist dann natürlich aber mit sehr viel Arbeit und Aufwand verbunden, aber möglich ist alles. Und da haben wir jetzt unsere kleinste Kühlbox einfach mal als Anschauung, zum Anschauen, unten mit reingestellt, um zu zeigen, wie viel Kopffreiheit wir oben noch im Fahrzeug haben, aber wie viel Stauraum gleichzeitig noch unten vorhanden ist. Ja, bitte einmal zeigen, weil ich liebe Schwerdaßauszüge. Bitte einmal zeigen, ja. Das muss man hier einmal insichern und dann zieht man den ganzen Auszug hier nach vorne raus. Und das andere ist natürlich hochgeklappt. Genau, das andere kann man hochklappen, man kann aber auch hier noch einen längeren Auszug einbauen, der weiter aus dem Fahrzeug rausfährt. Also jetzt haben wir hier tatsächlich einen Volkswagen, einen T6. Genau. Das ist hier Punkt Null. Und hier sieht man die Schienen, die da sind. Auch da habt ihr Adapter für da, oder? Genau. Genau. Also bei uns ist alles werkzeuglos. Achso, du kannst es komplett hier entfernen, das nächste Auto. Das wird komplett werkzeuglos, alles eingebaut. Habe ich mal einen Unfall, kriege ein neues Auto, einmal rein, raus. Also rantheoretisch können Sie das Ganze auch zu Hause stehen haben. Am Wochenende gehen Sie zu Six, holen sich einen T6 als Mietwagen, packen das rein, fahren in den Urlaub. Cool. So, dann zeigen wir es nochmal ganz kurz vorne, damit man es nochmal versteht. Ich fahre jetzt in den Urlaub, das ist ein Zwei-Personen-Fahrzeug dann in dem Fall. In diesem Fall jetzt schon, genau. Genau, Zwei-Personen-Fahrzeug, das ist dann meine Lümmel-Bank. Kann ich die zeitgleich benutzen auf beiden Seiten quasi? Ja, das haben wir jetzt in der Tat bei dem Schlafsystem Relax, so heißt es, so entwickelt, dass man das vom Bett, also das eigentliche Lattenrost aufstellen kann, um hier Platz zu nehmen und aus dem Fahrzeug rauszugucken. Und dann haben wir uns gedacht, wenn wir das schon so machen, machen wir einfach hier ein doppeltes Lattenrost, ist auch rausnehmbar, um an den Laderaum zu kommen und es kann als Sitzbank genommen werden. So, und da habt ihr noch was entwickelt? Das ist jetzt hier noch so eine zusätzliche kleine Box, sozusagen, um nochmal Stauraum zu generieren. Da kann man dann hier auch nochmal einiges lassen, wo man auch mal während der Fahrt schnell drankommt. Und da haben wir dann hier oben noch ein Induktionsladegerät und nochmal 12 Volt, ich glaube jetzt ist hier, ja doch, hier ist jetzt nochmal ein 12 Volt Stecker, das haben wir da noch mit eingebaut. Und einen kleinen Klapptisch, den man dann einfach den Fahrbetrieb so runterlässt und, ja, wenn man da nochmal steht, kommt dann ein kleiner Kartuschenkocher etc. drauf. Toll, also mich habt ihr überzeugt, die Preise finde ich voll in Ordnung, zumal man sieht, wie die Verordnungsqualität ist, hier passt alles auf den Millimeter. Ist das so Sport? Wahrscheinlich wollen sie es ganz genau haben. Ja, nein, schaffe ich auf jeden Fall, super. Aber es ist ja auch heutzutage möglich mit den Maschinen, die es heute gibt, ja, ist das möglich? Lohnt sich denn so eine, ich sag mal, hohe Individualisierung, dass du Farben einzeln bestimmen kannst und so weiter? Das geht, oder? Das geht schon, also wir haben jetzt nicht 100 verschiedene Farben, wir haben uns einfach, wir sind im Katalog durchgegangen und haben uns gezielt für das Rot, für das Petrol und für das Weiß auch. Achso, das Holz, was ihr da habt dann. Genau, ja, wir haben das schon für uns anfertigen lassen, das Material. Gut, da ist natürlich Vorlauf. Wir haben uns eine Farbpalette angeguckt, haben dann Testmaterial bestellt, haben geguckt, wie wirkt das, wenn wir das verbaut haben und haben dann halt entschieden, okay, das funktioniert, das finden wir selber gut und das produzieren wir jetzt in den Farbtönen. Klär mich mal auf, wie schafft man das denn, dass hier das vollkommen gradfrei, ich kann mich ja nicht aus mit dem Holz, dass das so perfekt ist? Wie läuft das? Handarbeit. Ein Teil von der CNC in Gratit und ein Teil auch von Hand und dann natürlich auch mit Hand nachgeschliffen. Also es ist nicht alles nur noch Computerarbeit, das darf man auf gar keinen Fall so sehen, es steckt echt viel Handarbeit und Liebe in diesen Möbeln. Jetzt müsst ihr mich mal aufklären, jetzt haben das die Leute gesehen, jetzt möchten die das kaufen, wo kann man das denn kaufen, direkt bei euch oder auf der Webseite? Ja, wir haben einen Online-Shop, die Endkunden, die können auch gerne vorbeikommen, das passiert auch immer häufiger. Teilweise kommen die aus Münster. Wo seid ihr? In Münster. Münster, die Fahrradshot. Richtig. Genau. Also wir haben Kunden, die kommen vorbei, weil die auch einfach sehen wollen, was wir machen. Die haben das irgendwo im Internet, bei Instagram gesehen oder bei YouTube. Kommen dann vorbei, gucken sie sich das an, bestellen das, nehmen es eventuell direkt mit. Wir verschicken aber auch die ganzen Produkte. Also für Leute, die sagen, das wäre teuer, sie sollen es mal selber bauen, weil in der Qualität, mit den Spaltmaßen, mit der Idee, mit allem drum und dran, man könnte es sogar ja nachbauen, weil man sieht ja jetzt, wie es geht, aber allein die Zeit, das zu machen, ja, und dann sieht es natürlich nicht so aus, oder? Genau. Ja, das ist einfach eine Rechnefrage, ne? Wie viel Zeit man da investiert, um das nachzubauen? Ja, ich sage es nur direkt, weil das ist die Vorwegnahme von Einwänden, weil als wir das Ding von Hornbach gefilmt hatten, was ja auch ein bisschen Geld kostet, muss man fairerweise sagen, da haben alle geschrieben, boah, das kriege ich hin zum Ziel. Das Händel vom Preis, ja, da habe ich gesagt, allein die Holzpreise, ja, wenn du das mal rechnest, ja, das ist so, aber ist echt schön. Also es ist, also nichts gegen die Hornbachsachen, die fand ich auch cool, aber das ist so viel geiler, weil das einfach in den Farben mit dem, ihr habt da echt Freude dran, oder? Ja, wir haben da richtig Freude dran, das macht einfach Spaß, ne? Ja, so ist es. Und wir wollen einfach auch von vorne bis hinten, kompromisslos, ein schönes Produkt erstellen. Ja, Camp Tools, da sind wir, unglaublich, ich kriege Angst, ich bin jetzt 53, ja, ihr seid wahrscheinlich noch sehr jung, oder? Ich bin 32. 32 und Schreinermeister, ja, und du? 28. 28, ja, keine Chance mehr, ja, wir gehören zum alten Eisen, ah ne, du bist ja 24. Ja, 24, aber okay, trotzdem. So, jetzt haben wir ja hier, das ist ja die Camper-Szene, sage ich jetzt mal, mit Fahrzeugen, die ausgebaut werden, keine feste Dusche meistens, ja, kein voll integriertes Fahrzeug und so weiter, aber das, das ist auch so ein bisschen dein Ding, einfach mal, ich sag mal, mit so einem Fahrzeug raus und einem Zelt und ein bisschen kochen. Einfach drauf los und dann ist das super. Ja, sehr, sehr cool. Und ihr seid erst seit zwei Jahren da? Ja. Das ist am Markt, sehr schön, ja. Also, dieses Jahr im Februar ist der Onlineshop losgegangen mit unserem kleinen Küchenblock, erstes Produkt, aber wir sind schon länger beim Firmenaufbau dabei, die Entwicklung hat natürlich auch Gutzeit in Anspruch genommen, aber jetzt sind wir voll da und jetzt können wir liefern. So, und jetzt die Reaktion, wollten die Leute das gleich kaufen auf der Messe? Jo, die Reaktion sind super, gestern war auch der WDR da, also es ist schön hier zu sein, das ist unsere erste Messe, es kommt gut an und das ist einfach auch ein schönes Gefühl, wenn die Arbeit oder Energie, die man da, reingesteckt hat, dann auch in Worten quasi. Das Beste ist einfach die Resonanz der Leute, die sich das hier angucken, weil die alle hin und weg sind von dem ganzen Design, von den Farben und von den Funktionen natürlich und wie leicht auch die Produkte sind, weil, wie gesagt, das Gewicht spielt ja auch eine große Rolle. Zuladung. Genau, Zuladungstechnisch etc. Das ist also nicht nur Zufall, das ist jetzt so B- und Entlüftung der Matratze, das spart richtig Gewicht. Nein, das ist wirklich das Maximum, was man wegnehmen konnte, ohne die Konstruktion zu beeinträchtigen, genau, die Stabilität zu beeinträchtigen. Ja, vielen Dank euch allen, heute 28. August 2021, wir sind auf dem Caravan Salon in Düsseldorf, dem 60. Und das ist camptools.com, da könnt ihr mal drauf gehen und kriegt alle Informationen. Tschüss euch allen, ciao! Ciao!